Hast du schon Love Room 69 gesehen? Nee. Geh mal gucken. Ja, ich komm auch. Kann man da einfach reingehen? Ja, genau. Ich geh da safe heute rein. Heute schon. Am liebsten würde ich ja gleich mit allen in die Love Suite gehen, weil die mir alle gut gefallen. Die sind ja schon fresh. Aber kann ich ja jetzt nicht machen, weil am ersten Abend... Die sind schon alle scharf hier, Alter. Klar. Sieht schon Bock, ne? Also ich hätte jetzt wirklich nicht damit gerechnet, dass, wenn ich reinkomme, dass alle mir gefallen. Also wenn ich in die Love Suite gehe, dann denke ich, also würde ich mir wünschen mit Samira, wird, glaube ich, gut funktionieren. So auf den ersten Blick so und mit, keine Ahnung, würde auf jeden Fall sehr, sehr knackig werden. Knackisch.